hi leute ich bin's alex place und willkommen bei einem neuen live commentary auf meinem kanal und ja wir spielen jetzt exodus mit der cooter und ja wir gucken jetzt was ob ich jetzt einen hater kriege und ich wollte jetzt noch was sagen ich verlost eine 10 euro paysafe karte ich habe jetzt genau 38 abos und wenn ich 50 abos ab dann werde ich den gewinner bekannt geben ja was ihr dazu tun ist es einfach kommentieren liken und abonnieren ich gucke alles nach ob ihr kommentiert habt likt ab abonniert habt und ja das jetzt 0 zu 1 nicht gut diesmal habe ich schnelles mal wer ziehen drauf als hat mich so abgefuckt dass es nachladen so lange ist in der ecke kämpft ne hauptsache mit reflex auf der kn-reflex anders wie geht es höchstens lv mindestens lv ich konnte das gar nicht connecten ich mal ein schuss ich war ja sogar drauf tryharden 50 40 30 ok ich stehe ihn ja nicht mehr spielt ja sogar ohne aufsetzen zerstört mich lecker alt also mein ping 100 ja wer kennt es nicht aber ich zerstöre sie jetzt einfach trotzdem so sozial und ist ja jetzt diese neue event woche rausgekommen mit headshots machen dann kriegt man die neue tarnung pecker punch ja jetzt müssen wir 500 millionen oder 500.000 500.000 glaube ich 500 millionen ok ich bin mir nicht mal sicher und wenn wir die jetzt gemacht haben kriegen wir pecker punch und auch paar visitenkarten aber wir sind die visitenkarten relativ egal tarnung auch aber schönheit verschönert ja eigentlich nur die waffe ich muss jetzt ich versuche jetzt gerade die ganze spezialisten voll zu machen ja genau das war geil der wollte auch gerade machen show stopper natürlich negativ 6 zu 7 camp 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 halt und dann nicht mehr treffen aber wir gehen weg alter kein bock mehr ganz gechillt pre-aim bis sich fest ganz genau so da jetzt kommt kommt oder heute nicht sondern er hatte karte ja gar nichts unterschritten drauf fuck ja ich hätte jetzt eigentlich gut rutschen müssen aber wenigstens habe ich jetzt die einzige quote erreicht zumindest hat die team jetzt bestimmt wieder so scheiße das war der typ in der schrott finde ich schnell droppt ja bestimmt zeitrechte sorte ja viel glaube ich die runde geht jetzt mal richtig lange das gewinnspiel wird ja auch bei 50 abos bekannt gegeben er ich laufe einfach vorbei ich glaube ja wenn es jetzt aktiviert hätte hätte ich glaube ich eh nicht gepackt aber die team ja das ist eigentlich relativ gut also der letzte 1 zu 12 passiv ja guck's dir an die runde halt 8 guck ne ich guck jetzt muss ich nur mal spielen richtig schwitzen der camp da mit schrott für uns also sehr viel skaffen assist ist da hab ich es gewusst alter die campen alter macht den schröppel ich choke alles schon wieder negativ wer kennt es nicht die lobbies in bo3 ich glaube ich mache jetzt mehr gta auf dem kanal aber ich weiß grad nicht halt gesagt ich habe es auch nicht gemacht aber ich will es mal ausprobieren wie es bei euch ankommt wenigstens ein ich dachte er hätte glitscht jetzt aber weg den holen wir uns jetzt und wenn jetzt raus sich aus hab's gewusst hab's gewusst hab's gewusst komm 1er quote pre-aim hat der nicht mal getroffen ja wie einfach hochklettert hochkletter macht überhaupt keinen fun wer fuckelt grad jeden ab ganz gechillt mein aeim grad ist einfach fast an die decke da mit schrott für uns den kriege ich easy aber der wird schon geholt xm komm gammel ich jetzt die krm first try der juckt mich grad irgendwie null schlott flinken sollen gepatcht werden halt die machen doch keinen spaß ja wenn man damit spielt macht es spaß aber wenn man damit abgefuckt wird guckst du dir an zu wieviel stehen die da zu 5 zu 6 ich weiß es nicht mindestens ein dieser quote muss auch da sein und ja sie ist ich bin mein team ist so scheiße ok das war's jetzt mit dem video und vergiss nicht zu liken zu kommentieren und zu abonnieren sonst könnt ihr nicht beim gewinnspiel mitmachen und tschüss bis zum nächsten mal tschüss